Musik 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 Mach mal die Hügel ab hier Also da rechts hoch und dann noch Gerade hinterbitten Auf einer anderen Straße Auf einer anderen Zeitpunkt Da würdest du dann abschießen oder was? Ich würd hier abschießen, hier auf der Hügel Ach stimmt, da auch noch abschießen Ich würd hier abschießen Ich würd hier abschießen Genau Hier Hier Das sind noch die Obertappenmagazin Von Süden, Süden, Süden Schießen schon hoch Ich kann sehen Ist noch ein Auto, ein Stadtauto Aufpassen da unten, okay Sind gehen geraten? Ich hab ein Problem, ich tälle uns hier schon wieder durch die Gegend Ja Ja, die sind hier an der Hügelkante 235 Ja Und rechts hoch Das ist noch ein Ja Ach, der hat mich grad erledigt Ach der geht wieder So, wieder weg. So, höchst direkt. Wo? Ja, da. Ja, genau da, wo Marie ist. Da links, da genau. Ja. Direkt vor mir. So, wir werden nur finishen, da geht's. Oh, da steht der Jeep. Halt mich hier an. Halt mich hier an. Halt mich hier an. Oder, ja, hier ist so, genau. Kommen wir da an den Baum hoch. Für uns wird aber auch geschossen, ne? Hinter uns war noch, oder? Ja. Was? Dann wird wirklich jeder, wenn hinter uns auch gelassen wurde. Und wir ziehen mich ins Young Ritschland. Ja, aber da fährt ein Jeep auf 20, 30, 40. Schwung. Auf und zu. Hä? Hä? Hä… Äh, schieß einer von 13 Uhr auf uns. Ach, so was? Duолод das war bis N이저 » tuh t pants, was beklemmt« schämen... ...ible的阻ener. Der piekt dem Fenster da oben. Einschott. Noch 45. Oben auf der Hausseite zu uns. Das linke Fenster ist er. Hat er gerade gepiekt. Hier haben wir es. Weiter links. Zwischen. Da. Oh fuck off. Mit dem ist geschossen. Na aus der Richtung. Da oben oben auf dem Dach. Wir müssen auch in die Zunge. Also oben auf dem Dach ist dort einer. Und hier. Auf der Höhe. Und der schaut hier. Hinschott genockt. Na lass hin. Ich hab auch gesagt. Nicht tot. Wollen wir hin? Ich hab's. Ich hab's. Wohin? Aber ich weiß nicht wo. Du nennst. Geht einfach du. Ich weiß nicht wo. Oh der. Den schmeckt wieder. Außen. 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 Ich hab's noch dran. Ich hab's noch dran. Denem wieder an. Den nachgeladen sind es doch. Du müsstest mich zuerst holen weil ich dann tot bin. Ja. Perfekt. Ich hab's noch dran. Ich hab's noch dran. Ich hab's noch dran. Ich hab's noch dran. 3 Stunden nachgeladen Alter. Okay auf der Hauptraffel. Ein schnelles Magazin. Kein großes. Im Haus sind ja noch welche gewesen in diesen großen... Weiß nicht ob die ähm... Ah da auf dem 50er Haus ist noch einer. Minimum. Hier. Auf dem Balkon. Okay. Hier ist noch acht da. Draußen. Und auf dem äh... Mülltab äh... Kreuz und Haus wird gesmoket. Marked a location. Hier ist eine Usher. Ja genau. Er hat noch einen Achter gehabt. Sie hat einen Achter? Ja. Okay. Okay. Marked a location. Shit. Wir müssen halt nicht zugegeben. Ja. Wir müssen halt nicht zugegeben. Ja hier hat das ein Jeep. Noch nähen. Ja wollen wir dann die Batone jetzt? Ja. Ja da hast alle an die Tante voll direkt. Können wir die abfangen. Können halt auch schon richtig sein wenn wir mal. Scheiß drauf. Da können wir die. Ich fange hier rein und das denn jetzt. Gott perfekt. Annetz hinter uns auch. Die fahren. Die fahren. Die fahren. Da kommt der. Ja. Da kommt der. Da ist ein Auto genommen. Ich habe roto ganz viel ekelhaft. Ja. Wir müssen noch weiter vor. Lass unten. Ähm. An die Klippe. Also an die. Wartung. Ne. Das ist auch hier von hinten. Ja. Wo sind die? Zum. Ich kann ja nur nördlich irgendwo. Alter, laufe. Ne. Ne. Was ist denn das? Kannst du nicht. Einer geht und hier im Gras liegt der. Oh das ist schlecht. Da ist einer links am Hause. Ja genau. Och. Da hinten holt einer seinen Maid. Hinter dem Hügel holt einer seinen Maid. Ja lass dich doch abfangen noch. Ja aber hier bei den Holtern sind noch welche links. Da läuft der. Die sind gelockt. Die sind gelockt. Ja. Ich weiß doch. Wir müssen in die Zone. Hier ist ne Misshaven. Ja die müssen auch in die Zone. Ich weiß. Ich weiß. Aber wir waren da auch noch welche. Ich weiß nicht ob wir schon weiter sind. Oh fuck. Auf die. Keine Ahnung was was der für ein Wort. Was hast du mit denen von der Brücke? Haben die die durchgefahren oder? Seh ich nix mal keine Ahnung wo die jetzt sind. Wahrscheinlich durch. Dann läuft die. Ist immer noch wahnsinnig von der Luft. Komm mal ran jetzt. Ich komm doch ran. immer bei dir auf 130 Session der ist so weit so weit es geht also ich halte ihn hier an ich habe so einen Kuhn Nice schön schlau spielen wo waren die denn jetzt die geschossen haben auf dem Berg da hinten da ist irgendwann gewesen was wenn wir hier hingehen besser da läuft schon einer oh ja schoße hier irgendwo dort sieben Gegner ja fuck schoße Marie rechts rechts die Hütte können also campen Die Frage ist halt, ob drüben auf der anderen Seite noch einer ist. Am Wasserturm ist auf jeden Fall einer. Sind wir hier ran? Ich bringe es einfach. Aber hinter uns sind auch noch welche. Ich bin hier im Wasserturm dran. Hat gut, jetzt hinter dem Wasserturm nicht Spaß, Kanada. Haben wir schon? Instant down, da ist noch einer, lass vor. Da snap noch einer aus der Zone. Ja. Ich meine, du hast noch eine aus der Zone müssen. Ja, das kann aus der Zone. Schon klar. Proben ist es was auf dem Bergwerk. Dann hat es einer gestorben, dann hat es einer gestorben, dann hat es einer gestorben. Da hinten noch ein bisschen. Ich bin wirklich runtergeleitet. Drei Gegner sind es nur noch. Drei Gegner sind es nur noch. Drei Gegner sind es nur noch. Was hat denn der Typ hier? Ja, lass das Auto nehmen und erstmal nochmal bessere Positionen sichern. Ja. ist es. Das ist der Anruf. Das ist der Anruf. Das ist der Anruf. Das ist der Anruf. Ja. da liegt was weiß ich ob er den getötet hat jetzt habe ich ihn auch schon der letzte das ist der letzte oder habt den ein in die hütte reingelegt eine kleine muss in der hütte sein geht gar nicht anders ich habe nicht gesehen da drin marie hat doch was reingeworfen das marie wirklich einfach lost die ist doch sogar innen drin explodiert ich schwöre ganz ganz komisch 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 gg oha stark oha mashallah 20 kills schmeckt